Nein, ich glaube, wir werden sterben, oder? Irgendwas passiert doch noch auf den letzten drei Metern. Ach man, könnte mir schon eine Enderchest cheaten oder so. Wir haben soeben Kartoffeln und Karotten gefunden, so gut wie zumindest. Und das hier ist auch ein Bug übrigens von der 152. Und hier wird natürlich wieder die Evil Chicken, die töte ich nochmal ganz schnell, bevor hier wieder die Felder zertrampeln. Ich glaube, wenn die sterben und da drauf fallen, dann wird das nochmal extra zertrampelt. Ja, ist ja geil hier, ha? Hier ist noch gar kein Gras gewachsen. Das bedeutet, es wurde gerade erst neu generiert. Und hier haben wir wieder die Typen hier, der dreht uns Bücherregale an. Und der, der hat eigentlich ein recht annehmbares Angebot. Ja, ist natürlich... Hast du noch mehr? Jetzt kommen hier so ein paar Tickle. Oh. Was willst du? Jetzt macht er uns Effizienz, weil das hat sich ja gelohnt. Geh mal weg. Naja, dafür haben wir jetzt einen Smartmarkt. Mit dem wir ja auch uns was kaufen können. Das ist eigentlich auch recht annehmbar hier, ha? Haben wir ja zufällig einen Schmied, ja? Komm, ich mach mal folgendes. Ich bin der Kürbisman. Ich mach nämlich mal eine Truhe. Ich verliere hier ständig Holz. So, ich glaube, wir ernten dann mal ein bisschen. Komm, ich schmeiße das alles mal da rein. Und hier den Kürbis auch. Ich glaube, wir ernten mal ein bisschen. Da können wir uns nämlich noch ein Smaragd holen oder so. So. Oder hast du noch ein besseres Angebot? Hallo. Oh, das haben wir ja gerade. Ist ja geil. Was haben die für Angebote? Was ist jetzt mit dir los? War ja gerade Gras auf dem Sandstein. Ach, der will kein neues. Nö, der will nicht. Hm. Ich glaube, ich hole mir da noch mal ein Smaragd. Müssen wir zwar jetzt alles zweimal abbauen. Na, sowieso. Ist sowieso scheiß Idee gewesen. Hier noch Kohle, Erz und normale Kohle währenddessen auch noch. Das hat eigentlich gar nichts gebracht. Ach, was ist mit dem los? So. Drei haben wir. Da könnte ich jetzt eigentlich hier machen. Mach ich aber mal nicht. Was ist mit dir los? Hat es jetzt was Neues für mich? Nee. Du. Ach, du bist das. Ja, ja. Tja. Wir haben auch noch eine Feldhacke mit. Da können wir ja das Feld auch mal reparieren. Ach, du bist der. So, da können wir nämlich hier einfach mal zack. Das ist mal der Vorteil, wenn man ein Dorf findet. Hat man aber eine Feldhacke dabei. Die nehme ich mal wieder mit. Und hier drüben haben wir jetzt Karotten und Kartoffeln. Finde ich ja sehr geil. Warte mal, was ist das? Das sind Kartoffeln. Komm, ich nehme dir einfach mal alle mit. Wir können ja hier dann Weizen hinmachen. Hier sind Karotten. Ich nehme natürlich alles mit, was ich kriegen kann. In meiner Gier. Ich glaube, das Dorf ist gar nicht das Größte. Oder? Ich gucke da nochmal. Wir haben auf jeden Fall auch noch was. Keine Samen natürlich. Ist auf jeden Fall sehr geil. Da haben wir jetzt endlich Karotten und Kartoffeln. Und müssen nicht ewig noch Zombies jagen. Haben wir ja eh genug gemacht jetzt. Und ich denke mal, hier kommen die fünf. Baue ich nochmal ab. Ach ja, sehr geil schon, ne? Der Kürbis, den würde ich gerne mitnehmen. Das andere Gezuppel können wir ja erstmal hier lassen. Na gut, das TNT würde ich auch gerne mitnehmen. Für 20... 47 Knochen! Heilige! Wir haben ja noch ein Dingenswelche gefunden, ne? Mache ich mal ein bisschen Bone Meal. Das dauert ja jetzt alles ein bisschen länger leider mit dem Wachsen. Gibt's bestimmt auch einen Mod, ne? Wo das nur einmal gebraucht werden muss. Wie bei dem Old Books Mod. Den kenne ich ja auch. Den gibt's ja auch. Und... Da kann ich ja auch mit dem alten Rezept die Bücher noch craften. So, ich will nämlich nur ein paar Smaragde noch kriegen. Smaragde natürlich. So, und hier noch ein bisschen anbauen. Da drüben ist auch wieder was gewachsen. Weil ich hab ja mal gelesen, es könnte Konsequenzen haben, wenn wir hier, äh, die Väter nicht, äh, wieder bepflanzen. Hab ich mal gelesen bei Minecraft-Wiki. Und du. 16 Kohle, wer war das jetzt? Du warst, ne? So. Die sehen, glaub ich, immer noch am besten aus. Nach... Du warst die. Du warst der. Tja, ist ja sehr geil eigentlich, ne? Dass wir jetzt hier so ein Dorf gefunden haben. Mensch, wenn ich mir das nur mal merken könnte, oder so. Wenn ich Wally's Mimimap hätte, dann würde ich mir das wirklich mal merken. Ah, wir könnten ja eigentlich auch. Pass mal auf. Wir haben ja den Kompass. Ah, wir haben kein Redstone. Ich wollte nämlich gerade eine Karte machen. Hier, den Weizen können wir mal hier lassen. Kompass, nehm ich mit. Was können wir noch hier lassen? Die Kiste bleibt auf jeden Fall hier stehen. Wissen ja eh, dass wir hier schon mal waren. Was lass ich mal hier? Holz. Nach schwerer Entscheidung. So. Den Korpus würde ich auch gerne mitnehmen. Die sieben Eichensättlinge verzichte ich mal drauf. Was lass ich hier? Mann. Kommt, 17 Erde. Warum hab ich die überhaupt dabei? Na du? So, ich wollte mir das auf jeden Fall gerne mal merken. Ich hab gerade eine Idee gehabt. Aber da wir keinen Redstone haben... Was ist denn das hier? Wie sind das so zerschnitten? Da wir keinen Redstone haben, können wir uns ja nicht weitere Compassive Craft nehmen, weil wir bräuchten dann noch einen, um wieder nach Hause zu finden, weil ich jetzt hier keinen richtigen Überblick hab. Gut, da pack ich den immer hier unten hin und die Kohle hoch. Und, ähm... Eben vor allem. Ich wandere mal nach Hause. Und, ja, die NPC-Dörfer sind ja eigentlich manchmal auch mehrere beisammen. Also, wenn man eins findet, ist die Chance relativ groß, dass man noch eins findet. Ich guck da gerade mal, wo sind wir gerade? Na, Z braucht noch ein bisschen, ne? Sind wir jetzt noch ein bisschen unterwegs? Und jetzt schaut Minecraft ab. Das war natürlich das Highlight. Naja. Hm. Hm. So, ich glaub, wir müssen dann mal durch den Dschungel. Tja. Hm. Hm. Ach, guck mal, so viele Schweine, die kann ich unmöglich alle leben lassen. Ich glaub, da müssen wir noch ein paar mitnehmen, ne? Ach, geil, Extreme Hills. Da geh ich gleich mal rein. Also hin. Ich hab grad wieder an Höhlen gedacht, weil da gibt's ja auch Smaragde. Ah, jetzt haben wir erst mal vier Stück. Hallo? Jetzt haben wir erst mal vier Stück gesammelt. Und das reicht ja eigentlich auch erst mal von Anfang. Jetzt haben wir 52, da haben wir noch eins. Nehme ich mal wieder ein bisschen ein paar Schweine mit. Na, stehst du hier auf der Brücke? Relativ lange Aufnahme heute, ne? Ich hab auch heute mehr Zeit als sonst. Sind schon Mütter jetzt, wir sind jetzt schon übrigens bei der 351. Folge, die ja dann... Warte mal, müsste ich kurz überlegen. Ach, guck mal, ein Ocelot. Scheiß, ich hab keinen Fisch. Mist. Katzen hätte ich auch mal so gerne gehabt. Warte, ich rechne grad mal aus, während ich ja die paar Hühner töte. Äh, 123... 228 müsste daneben stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Es kann natürlich sein, dass mich alles täuscht, deswegen bin ich damals ruhiger. Äh, bin ich damals still. Und... Na? Und... Hallo? Huch? Ach. Na, sieh mal einer an, wer da schon wieder steht. Achso, ein Lädt, wahrscheinlich. Und er ist der Wächter, natürlich, von der Burg. Komm! Alles viel. Ach, gucke mal. Wieder zwei Fratzen. Hilfe. Oh, wie laut. Oh, ne, ich kann ja nicht mitnehmen. Mist. Ich werd nämlich grad mal die Schafel kaputt machen, ein bisschen. Und hier ein bisschen terraform, weil hier können wir sie am meisten gebrauchen. Weil wir hier noch so oft herkommen werden. Komm, ich will dann Schwarzpulver. So, spinnen mach ich jetzt auch mal mit dem Schwert, weil... Da bringt uns das hier, mein Schwert, nicht viel. Hier braucht man nämlich genauso viele Schläge bei dem Eisenschwert. Ach, die lässt ich jetzt mal. Da hinten ist Bambus, äh, Zuckerrohr. Bambus, wie sah ich das? So hieß es früher. Ne, früher hieß es Schilf. Aber Bambus war das oft genannt. Aber eigentlich hieß es Schilf, also Reeds auf Englisch. Und, äh, ach du Scheiße, Framite war grad weg. Größtenteils. So, ich glaub, hier bei den Kühen war man schon. Ach, jetzt hab ich gedacht, wir haben das Zuckerrohr nicht mitgenommen. Hätt's ja Reinfall gewesen. So, ich glaub, wir kommen langsam wieder in die heimische Gegend, wie ich früher mal gesagt hab. So, komm, äh, die lass jetzt mal links liegen hier. Außer dich natürlich, du bist mal... Das ist eher ne Sache, ne? Dass ich dich töte. So, ach, hier ist der Wald, genau. Hier kommen wir bald wieder zum Enteiger. Und dann sind wir auch endlich wieder zurück. Siehst du hier? Liegen noch Setzlinge von vorhin. Kann ich werfen das Eisenschwert mal weg? Kann ich was anderes wegwerfen? Am besten vier Smaragde und die drei Enderperlen. Das ist natürlich jetzt das Highlight gewesen. Oder wäre das Highlight? So, 62 große Schweinefleisch darf man auch nicht mehr kriegen. Hilfe. Oh, jetzt dachte ich schon.